Wie viel Sauberkeit braucht ein Baby? Ist es nicht besser, wenn es mit Bakterien und Keimen in Berührung kommt, um das Immunsystem zu stärken? Wir wissen, dass wir tatsächlich unser Immunsystem trainieren müssen über den Kontakt mit Keimen. Dabei ist es natürlich wichtig, das richtige Maß zu finden, denn die Gefahr einer ernsten Infektion ist im Zweifel schlimmer als der Vorteil eines trainierten Immunsystems. Es ist aber durchaus in Ordnung, wenn das Baby mal auf dem Boden krabbelt, auch was in den Mund nimmt.